Fico is there! Throwing Grenade! Granate! Gimisch. Verweilung. Second Middle, Second Middle, Epps. Ja, Epps kommt. Warte kurz, ich... Ich dachte mir jetzt langkommt. Warte, lass mich rauskommen, ich kann dritten, aber. Lang down? Bleib da raus, V, ja. Er hat ice cold schon gelandet. Noch mehr lang? Long, long. Können die CT rein? Nein, nein, nein. Können aber Sport theoretisch. CT kann doch nix. Epps ist, glaube ich, zurück. Ah, der war immer noch da. Mitte. Also top mit, weil ja, gar da. Beide top mit. Bleib mal da drauf. Oh ja, ich konnte hier mal. Junge, es geht nichts rein. Können lang gehen, ne? Ja. Warte, ich geh lang. Oh. Der Nate auch da. Bis jetzt sieht's clear aus. Mist. Zeit. Warte. Äh, wart auf mich. Ja. Ist das für den Stratporting? Ja. Wechselt. Ich geh mal Balkon. Ist da noch Spot, oder? Ja. Der war gerade noch Spot Jump. Ja, der war wechselt. Ist bereit? Ja. Ja. Ist das Step in der Ecke. Spezie rum. Gar nix. Schön. Schön. Ich hab heute wieder an Aim, ey. Ah, das wär fast weggeschwissen. Das war mein Fehler, weil ich war, weil... Noll ist die keine Schlüssel für, äh, Shattered-Web. Also, wie... Oh, Community-Markt sehe ich da. Kommt auch von Steam. Also, sind ich aber ein bisschen teurer. Man, es ist der Community-Markt, also, ich dachte eigentlich immer, dass auch, äh, Community-Markt, äh, die selbst die Keys teurer waren. Keine Ahnung. Ja, bei schlechten, äh, bei schlechten Kisten waren die Kisten immer noch billiger. Ja, bei Hydra war das, glaub ich, zu groß. Ja, genau. Aber die Hydra-Kisten waren mal schon vorher, als wäre es in der Zeit. Wir sind ja noch. Zecken mit, ist was. Ah, der Dumpelkin. Guck, kurz mal, ich muss mal, ich das mache. Ich glaub, Fuchsbau ist einer, oder so. Ja, Fuchsbau ist einer. Ja, Fuchsbau ist einer. Ja, ja. Warte, ne? Die haben Foul-Eco. Ne, doch nicht. Ja, wenn du die ziehst, dann pick ich, okay? Mitte unten. Wir haben Krotzfeuer. Nicht, nicht pushen, die haben ja immer noch viele Leute. Kiste. Ja, Fuchsbau ist einer. Noch einer, bleibt noch nie. Bombo down, wir können da. Bombo down, wir können runter. Bommbo down, äh Teppich. Ja, pass auf, pass auf, Banane das jetzt nicht. Machst du jetzt Ace-Class, Amu? Ja, vielleicht. Pass mal hinten trotzdem auch ne. Leute, der war tatsächlich hinten. Was? Der war Banane, hast du gesagt? Leider ein Attack, nein? Ja. Aber was war das für eine Ico von denen? Die sind irgendwo durch die Gegend gelaufen. Ja, die haben darauf gehofft, dass wir pushen. Ja, vielleicht, dass sie eine Waffe kriegen oder sowas, ja. Hat aber nicht funktioniert. Warte, willst du Shots bin? Ich hab nur nebenhin. Ist das Shots, ja? Komm, pushen, schnell. Ja, ja, komm. Oh, komm, vor. Apps, Apps. Die wollten schon mal Banane. Oh nein, ich hab das nicht. Immer noch zwei. Dog mid pusht was? Geh mal pit. Ah, das war unlucky. Das wird wahrscheinlich zwei Mitte einer Boiler. Blatt B def, ja. Zwei Short. Eins. Bomb has been planted. Wie ist das? Alles in Wien. Also schau mal gerät. Szczes. Was ist das B&B für den Weren. fields. Ja. Das ist das drin. Und die Weren. es war dumm von mir dass ich da reingefuscht habe ich kann was legen okay dann vor aus ach so ich habe gedacht wir haben geld ich glaube ich willst du wieder abspielen oder schrattet nö das ist mir egal ich schrattet und beides noch da kommt was zu hoch voneinander ja ja Träger in der Mitte, da steht in der Acker. Soll ich dich boosten? Banane? Ah, die haben die Smoke ein bisschen versaut. Die haben die Zeit weg gesmoked. Ja, die haben die Smoke nur. Smoked ein CT. Ah, die bauen jetzt hier auf B aus. Schön, schön, schön. Einer, oh, da. Ich rotiere mal, bleibt hier. Mitte war was. Könnte ein CT durch sein. Nein, top mit was. Banane zurück, Banane mit dem Wind. Einer short. Letzter hat Minus 50, war Banane. Ja, er hat sich zurückgezogen, Banane. Der safe vielleicht in der Acker. Flashback! Schönen. Schönen. Ach, er denkt's von der Acker? Ich hab eine. Hihi. Wir sind an oder was? Mh, ne, aber ich bin so ruhig. Ich hab in der Mitte aufgelastet. Höh, ne, aber ich schau. Wir sind in der Mitte aufgelastet und als ob er schlägt wird. Schönen. Geht's auf, was ich hier und ich schäuze woche. Ich schau dir zu mir, schau dir zu mir. Ich schau dir zu sehen. Ich schau dir in der Mitte. Hallo jetzt. Ja. Komm auch gleich nach. Apps drinnen. Steppen wie, weiß nicht was. Boiler. Banane ist weg. Ist das Banane? Einer ist noch Boiler. Decoys aus. Schört langweggesmogt. Ja. Ich flashe Schott. Schott. Boiler glaube ich raus. Oh shit. Einer verbritt. Einer ist. Einer oben oben oben. Bleib du mal da oben drauf. Ich ratiere. Ja. Einer verlässt. Wie ist es da? Ebst mal. Lang. Auf lang. Einer Ebst. Uuuu. Uuuu. Noch ein Apps. Letzte Apps. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wo spielst du? Wo spielst du? Mitte? Ja. Kann ich stimmen. Ja. Ich frag nur. Okay. Komm. 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 Let's go. Du hast wieder ein Millionen Euro gezogen. Ja. Ja. Das ist ja halt. In meinem Leben ziehst du auch was ordentliches. Oh. Schnell Banane. Schnell Banane. Schnellboost. Schnellboost. Ach man. Banane close. Ja. Aber keine Banane. Ja. Verjagt. Ich halte mich. Wie sau. Ich halte mich. Ja. Nein. Nein. Ich bin mit ABP da. Da hinten wo ist die ABP? Richtig legendäre Runde hier. So jetzt kommt wieder ein Midpeak. Paul kannst du nach der Granate close Molin? Ja. Eps. Soll ich wegsmocken? Ja bitte. Oh yes. Da waren glaube ich zwei. Schwarz durch, schwarz durch. Die könnten mich glaube ich umpushen. Eps oder second mid sind immer noch am Stepping floor. What? Was ist denn das? Die haben gesmockt? Die gehen weg oder wo? Richtung Boiler? Richtung Boiler ist einer. Ja. Warte mal wir sind nur 1 auf B. Soll ich rotieren? Ja mach mal. Du kannst ja trotzdem bleiben. Ich pick hier nur für die Info. Wir haben die Bombe. Flaschbang. 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 Oh was ist das? Neck. Die Bombe noch? Ist drin. 3 Euro Skin bekommen. Flaschbang. Ja. Ich hab zur 64 aufstehen aber. Ich muss halt immer über meine Calls lachen. fll. Oh nein, fuck. Das sind 2 gestern. Einer. Ich glaube ich geh jetzt schon eben auf A. Ich geh jetzt schon endlich. Aber er ist dein erstmal? Ja. Scheiße. Euler. Scheiße. Schraße, ich darf nicht. Schraße schon in der Köder. Da bin ich jemanden. Ja. Ich glaube ich gucke Apps, äh Launchsmole, Launchsmole, Launchsmole? okay Incentiary! Deploying Flashback! Deploying Flashback! Grenade out! Banane. denen? möchte das noch versuchen einer steht safe banane Soll ich noch einen Fünfer raushauen? Nee. Geist net, ich hab schon Bock gegen, ich hab's nicht auf dem Draht. Es bringt aber eigentlich nichts. Ja, aber wenn ich jetzt die Forst vorgabe... Aber der Reiz ist trotzdem da. Ja, leider schon. Das sind auch noch 10 Euro, mein Gott. Kornflogen. Grenade in die Glatis. Sparkens Osage! Second Mid ist was. Ja, äh, geh die Nabs schon rein... Boiler, Boiler, kommt, wird kommen, glaub ich. Achso, OK, Shot 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 percent. Boiler, man, ich war geflasht! Nein! Low HP, Black and E Hit Long vielleicht Sink Why is it low? Shorts AWP Oh mein Spike-Control Eine Seite in der Ecke und Ich glaube irgendwas ist noch im Ah, Side Pollo war einer? Da waren zwei auf Side Wollen wir alle Mitte nennen? Ja, wir können da Split machen Pollo und ich machen Banane, ihr macht Mitte Ja, kann der ein bisschen stoppen? Wie lange? Da liegen noch zwei am Boden Da liegt noch eine 5-7 Lass pushen, Paul Granate und push Nein, nein, nein Ah, mein Nade ist auch nicht gekommen 2 Sekunden Schade Trin Ah, einer hat's Äh Ach, alles Ich hab alles verkackt, wie der Mann Ehm, egal Ja, aber wir haben 3 Flöcks bekommen Konzentration So Konzentration Wir wollten das eher ein bisschen off spielen, weil das mit dem Reimpicken wird nicht so Wir wollten das eher ein bisschen off spielen, weil das mit dem Reimpicken wird nicht so ich kann nicht rauf muss man es ist also bist du mir da und zurückkommen die akka geholt ja ich nicht trau mich nicht als der andere klaus ist ich hab ich habe eine. Wir liegen 2 AKs. Ich glaube ne AK. Er ist T spawn, T spawn. Second mit hinten links. Warte ich habe ihn vielleicht. Soll ich ne AWP's helfen oder? Jo, klar. Aber die vierte Seite ist immer gut. Oh nein, ich habe es nicht bekommen. Der ist irgendwo hinter die Bank gekommen. Schön. Noch gute 2020er Kisten. Könnt vielleicht immer pushen. Also rushen. Ich habe Molotov first gekommen. Oh Gott, ich habe nichts. Banane ist weg. Banane ist weg. Banane ist weg. Banane ist weg. Alter, ach so. Neck lock auf Banane. Du hast nur Granate da durchgesmoked. Du hast nur Granate da durchgesmoked. Granate! Das sieht nach dem Ago aus. Lang ist gesmoked. Mitte schön. Ja, Titi rein. Titi hinter euch, kommt Dana. Hab ich. Schön. Ich habe mich für Steam geopfert. Für Steam. Junge, wie schnell ist der da durchgesprungen? Ja. Was schreiben die denn? Let's go! Ich habe einen 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. Ich stehe sehr defensiv. Okay. Wieder abgesmogen. Short, komm. Ich smoke weg. Oh! Hahaha! Ich werde vielleicht ungepuscht. Flash Shot. Flash Shot. Einer Abs drin. Was? Flash Shot. Flash Shot. Bekommi. Einer ist. Einer geht Shot. Einer geht Shot. Miekt. Zwei Shot. Ich Flash Shot. Ah, Alter. Noch einer Shot. Stop. Ah, er ist low. 40 HP. Mach zusammen. Warte auf dich. Side. Einer ist ja wettbewerb von Mitte irgendwie. Einer ist definitiv Side. Flash Bang. Wettbewerb gelegt. Wettbewerb gelegt. Wettbewerb gelegt. Zeit, ja, Zeit, Zeit, Zeit. Schön. Nice. Die übersehen. Aber trotzdem getötet. Ja, ich hab da so in die Ecke gerade geguckt. Der hat sich so kein Hilfe. Ich hab den jetzt fast gar nicht gesehen. Ja, du hast die schnelle Reaktion. Fast. Ich hab den jetzt fast gar nicht gesehen. Der hat dir mit dem Rücken zur Wand hingestellt. Ich bräuchte irgendwas bitte. Ja, ich hab den gedroppt. Da. Warte. Danke schon. Samo kauf nix. Samo kauf nix. Samo kauf nix. Danke. Ich hole mir die Awe. Ich molle ihn mal mitte runter. Bist du runter pushen? Nee. Aber nur Präsenzzeichen. Naja, das stört ja schon erheblich dem Aufbau. B wieder. B wieder. B wieder. B wieder. Oh, second mid. Banane. Eps, Eps. Close. Mindestens zwei sind Boiler. Warte, ich geh zurück. Ich geh zurück. Ja, die Smog mal nachgleich, Paul. Ja, die machen jetzt Smogs auf B. Warte, wenn ich Smog müssen? An schaust du, Eps. Was? Ich hab Eps gespoked. Mein Name Close. Einer draußen. Loll. Sehr schön. Ich will Spock mitte. Äh, Flash mal Paul, dann picke ich. Ich weiß nicht, pass mal auf CT auf. Es waren hier viele Smogs. Ich weiß nicht, ob die vielleicht durchgestrichen sind. Hier kommt vor. Banane kommt vor. Glaub dev. Die Flash mal mitte. Noch eine, noch eine, noch eine. Schöne. Schöne. Ohne AWP, ohne AWP. Ja, ja, ja. Ich wollte dich extra, ich hab dich extra gewertet. Sorry, Alter. Ja. Alter, grad, wo ich, weißt du, den AWP zurückgezogen hab, ist halt gepusht. Ah, letzte Runde. Deine letzten Autos natürlich groß. Echt? Da liegt ein Auto. Normalerweise müsste jetzt so echt eine kaufen. Ich hatte das Geld gehabt. Nein, ich hätte das Geld gehabt. Banane, Flash. Komm vor. Banane. Puschen. Schaul. 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 Ich kann rotieren. Es ist noch einer, es ist noch einer. Banane ist noch einer. Oh, lol, oh, lol. Wo ist der letzte? Oh, sorry. Die Flash ist kacke. Ah! Der ist T-T spawned. Äh, T-T spawned man nicht. Puh. Anderpass rein. Am besten pushen wir den nicht jetzt. Ja, ja. Schaul. Schaul mich T-T. Hilfrunden. Sollte eigentlich ausreichen, aber man weiß es nicht. Lass mal, äh, über Second mit Balkon. Ich kann dann zweimal auf, äh, Side flashen. Hier, nimm. Du mal die Bombe. Alle, oder? Willst du? Ja, würde ich sagen, ne? Ja, auf dem Weg rein. Mitte peiken die sowieso immer links-rechts. Flash kommt jetzt. Ja, gern mal, gern mal. Noch einer. Und go. Spit? Einer Side. Oh mein Gott. Fuck. Oh, der ist ja noch einer. Aua. Eintext Mitte. Oh, nein. Das, äh, war interessant. Keiner war blind. Ja, schade, ich weiß auch nicht wieso. Ja, der ist in Pit tief gestanden. Wir wollen mal fassen. Machen wir keinen Plan. Äh. Oder machen wir Eco und dann einfach Arca nächste Runde. Ja, besser Eco, ne? Go, go, go! Schade. Kurz, close, close. Es sind zwei. Schön. Einer Onspot, Low. Deutschpie. Side. Pit. Es ist 49 Side. Der war noch. Pit. Ja, das ist sweet. Aber schön, Nico. Der Piep. Der Piep. So, was machen wir? Ähm. Ich versuch mal, Sekten mit da irgendwas einzunehmen. Paul, kannst du gleich, ähm, da durch dieses Holster ballern? In Richtung gegnerischen Balkon? Ja, ja. Auf jeden Fall auch, äh, Banane mit einnehmen erstmal. Molli gegen K werf ich mal und dann... Ja, mal Nails abwarten. Nüch. Kurz, ist einer. Wir haben Boiler abgemolli'd. K, ist was? Oh, er ist... Kurz. Er müsste jetzt aufs Side sein, Paul. Ja, ich hoffe, dass er... Ich kann noch mal flashen. Wollen wir denn die Bombe? Standard Low. Pit. Dann geh ich über Apps rein. Alter. Oben, hier. Balkon. Shit. Wir wissen jetzt, dass wir alle hier sind. Noch eine Apps und... Alles klar. Alles klar. Zwei Pit einer Apps oben. Ja... Da. Ja... Da. Da. Ich bin... eigentlich müssen wir eine eco machen aber naja dann lassen wir halt forsten keine ahnung ja ohne molly einfach rein doppelflash oder so ich glaube das war für zete ich flash einmal von stein gleich ich bin nicht los Nein, nein, nein Nein, nein, nein Konstruktion, nach vorne Nichts aber, Boxhäte Tide 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 down Konstruktion, Alter Schuss Wir waren einfach schnell Hatten keine Chance Ja, plötzlich steht das Wasser ausgeglichen der probleme einfach die einfach einzeln zu holen ach so er gibt mir durch die smoke bitte ein kurzes an das kurz warte mal da ist ein avp nee dieses scheiß model nicht ich bin so blöd können wir kaufen doch eigentlich schon ja lass uns mal die werden ja jetzt die mitte smoken lass uns mal über die second mit aber langsam also nicht zu viel steppen und so und dann bevor die mit smoke fädelt mit doppelflash links rechts raus und dann lang rein meinetwegen dann noch mal ein short up smoke oder je nachdem aber warten die werfen wir zwei smokes das heißt das steht einer lang und einer schott klassisch sie schmeißt meine verschläge mitte rechts wir warten mal auf die zweite smoke kommt ja sie kommt direkt danach immer so jetzt einer schaut einer lang so dann bei 1 10 oder so vielleicht sind wir zweimal und gehen raus bei 1 10 ach so jetzt war doch schon jetzt jetzt bin ich blind es schaut wir haben man advantage das ist glaube ich bananen drin anzielt wird ankommen Ja. Z.T. Z.T. Ich komme zu der Ruiner, komm, Ruiner. Eine Pool. Bleib zu tief. Ja. Die Ruiner geplant. Ja. Manchmal muss man halt einfach improvisieren, also von daher absolut richtig, richtige Entscheidung da, die haben das ja auch ganz kurz gerafft. Aber ich sage nicht, werde ich mir merken. Ja. 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 Schnell B, sind wir eigentlich noch gar nicht gegangen, oder? Doch. Aber es hat die Funktion, da wir waren alle low. Wir werfen richtig komische Nähe. Ich habe nicht drüber das Dach drüber die Nähe. Ich könnte gleich Ruine smocken für B. Ja. Wollt ihr jetzt schnell, oder wollt ihr entspannt aufbauen? Ja. Kontakt, Kontakt, da ist er, da ist er. Die haben Arbeit, die haben Arbeit, oder? Die haben eine AWP. Ja, die steht da immer noch. Warte, ich peaken? Das ist keine AWP mehr. Das ist ein anderer schön. Der ist down. Gehen wir. Wir sollten, aber theoretisch ist es nicht. Wir sollten eigentlich nicht mehr AB gehen, oder? Doch, doch. Ich würde jetzt schnell B gehen. Weil jetzt steht jetzt nur noch rum. Eine ist nicht Dark. Ja, jetzt würde ich nicht. Eine ist Dark. 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 Na, wir hätten da schneller spielen müssen. Ja, auf jeden Fall. Wenn die ersten Fracks fallen, dann sind die ja mindestens irgendwie... Da kann nur noch einer sein, wenn einer down ist. Ja. Schade. Das kaufen, oder? Schnell. Wir haben ein bisschen komisch gelb. Nochmal Banane erstmal einnehmen. Ich sprang auch ein bisschen seconden mit. Da steht immer einer Banane. Bevor ihr peekt, kenne ich euch vielleicht schon noch Toys oder so. Hä? Hä? Alter, diese Nade, Jungen. Da steht Zendback, Zendback, Zendback. AWP ist gelegt. Einer steht Zendbacks. AWP down. Soll ich morgen jetzt gleich... Einer Onside, Onside. So, ich flashe Zeit und dann könnt ihr drauf. Morg für Ruine ist draußen. Flasht. Ey, wir müssen jetzt schnell, 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 schnell. Ja. Ja. Der muss irgendwo Onside stehen. Der flasht mich schon wieder. CT. Schön. Banane sind offen, Porti, ne? Flasht, CT. Achtung, Flasht, CT. Hat einer Ruine. Kommt, Ruine kommt. Ist los. CT? CT ist loaded. 30 AP. Zendback Sehr gut. Der, 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 der der, der der die Spiele auf Banane war dumm rum, der da re-pict. Ja. Das ist komisch, der, der der eine steht zendback und es liegt nachher wieder weg. Wer möchte? Ich geh mal ein bisschen Apes rein und probier mal vielleicht da den Klo-Spiel zu holen. Hat der mal was für Klappi? Kaka? Ja. Achso, okay, okay, okay. Haben wir jetzt alle? Ja. Ich mach nochmal Mollika. Einer down, Apes. Im neuen Spiel jetzt da. Der hat nur einen SMG gehabt. Hat wenn er Laune fällt für mich? Ja. Ich hab schon. Schaut mal lang nach. Da rund 4. Ich hab Pit. Ich hab Pit. Fight. Side down. Ist auch einer Pit? Weiß man nicht. Pit clear, Pit clear. Schöne Frags, Leute. So, ich hab... Ist bisschen viel Zeit geplandet, nicht ganz für Pit. Oh. Warte, der kommt sicher. Der ist sicher keine Waffe. Ne, der wartet wahrscheinlich, bis wir... ... nach uns halt gehen. Ich hab bestimmt versucht er zu safen. Hast du das Pop-Pop-Cast gecheckt? Nicht das jetzt ein Ninja macht? Einer muss noch B gewesen sein, eigentlich. Vielleicht war da der, der mit der Abo... ... dieser Abo-Spieler. Ja, der haben ja kein Geld mehr für Abo gehabt. Warum stirbt der nicht? 10 AP, Mann. Das haben wir jetzt die Abo gegeben. Ne. Schön. Schöne Runde. Dieser GK, der... ... immer wenn wir auf A drauf sind, pusht der hinten Banane. Passt immer auf, ne? Ja. Wollt ihr mal... Wollt ihr mal ganz viel... ... etwas vor A machen? Bisschen Sound und einfach warten, bis er eine Banane pusht? Ja. Aber ich glaub, das werden die jetzt nicht mehr machen. Wir können ja nochmal diese Taktik mit dem, äh... ...mitte hochpushen machen. Also Taktik, also. Mitte hoch. Wenn die halt jetzt smoken. Ich hab leider keine Festschlecht für Mitte, ne? Ich hab... ... öh... Eine ist Banane de Clio's. Paul, gib mir Bombe und aeim den ab. Nochmal gesmogt. Hab ich ja ja! Ja, zu! Ich hab ihn geated, ich hab ihn geated! Meins! Ich könnte Short smocken wir könnten dann, äh... Also EPS, hier ist clear. Ich hab Short gesmogt. Banane, einer low! Flash du! Schön Nice, Bombe liegt Kurz einer down Da müsste noch einer Die Zeit ist clear Ich weiß nicht, ob im Pit noch was war Pit ist einer drin, Pit ist drin Minus 50, ist low, ne late rein Oh Mann, jetzt hab ich mich drauf gemacht Hat der irgendwo eine AWO oder so? Ja mit der, hab ich meine wirklich drauf gemacht Schön Leute, funktioniert das Aber die, die verbrauchen ja die ganze Zeit die Utility nur mit, äh top mit Die werfen eine Nate maximale Genau, kann man abwarten und dann hatten die Nein, ich meinte damit jetzt die Smokes Ich könnte ihn jetzt irgendwo rein Warte kurz, ich probier mal was Das expecten die vielleicht nicht Hey, da ist keine Smoke Da steckt noch keine Flank Da kam nix Ja, ab in dem Smoke Ey, vielleicht ist es ein Stack Astralis Stack wäre geil Nein, auch nicht Einer ist long, ich könnte ja long Ich smoke long Stacking mitpushed Ja, fuck Apps Ja, da ist ein Apps drin Ja, da ist ein Apps drin Der ist Belkin hier oben Na komm du Das ist mal okay Warte, ich ziehe ich eben nochmal hinten die Banana What the fuck Ich nehme jetzt kurz den Banana Der ist safe wieder pushen Ja, macht auch Ja, macht auch Sehr schön Das war aber nicht der Der könnte noch an hinten die Banana No, einer decken Oh, der ist, äh Arsch Das ist schön, nice GG Warte mal, der ist die ganze Zeit auf Gravework gehuckt 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 Typisch österreichisches Wort In der Hood haben wir gehuckt Klappich 61 Prozent H700 Du kleiner Cheater Langsam Burra ist der Skin geil Der sieht man fast so ganz genau Du club musst